Die Gemeinden im unteren Rheintal sollen vor Hochwasser des Rheintaler Binnenkanals geschützt werden. Hierzu wurde ein sektorübergreifendes integrales Wasserbauprojekt geplant. Neben dem Schutz vor dem Wasser beinhaltet das Projekt gleichwertig auch Maßnahmen zum Schutz und zur Nutzung des Wassers. Die wichtigsten Maßnahmen sind der Bau des Rückhalteraums drei Brücken, umfassende Gerinneaufweitung im Rückhalteraum und direkt unterhalb, Entwässerungsmaßnahmen und Neubau des Pumpwerks, Ufererhöhung und Anpassung von Brücken, Aufwertung der Mündungsbereiche der Seitenbäche, verbesserte Zugänglichkeit und Erlebbarkeit des Rheintaler Binnenkanals. In-Stream-Maßnahmen mit Uferstrukturierung und Aufweitungen Um eine genaue Planung zu ermöglichen, wurden im Vorfeld hydronomerische Berechnungen erstellt. Die so erstellten Hochwasserszenarien zeigen die für die Planung relevanten Flötungszustände. Zur Veranschaulichung und zur Vermittlung wurde ergänzend ein physikalisches Wasserbaumodell im Maßstab 1 zu 40 gebaut. Am echten Modell kann das Flutungsverhalten der numerischen Berechnung nicht nur überprüft, sondern auch anschaulich vermittelt werden. Der geplante Rückhalteraum erstreckt sich über eine Fläche von rund 1,2 Millionen Quadratmetern. Entlang der Straße ist beim Windschutzstreifen zwischen der Riedmühli und dem Krummsee ein rund 1,1 Kilometer langer Hauptdampf vorgesehen. Zusätzlich werden Zwischen- und Seitendämme realisiert. So können rund 700.000 Kubikmeter Wasser kurzzeitig zurückgehalten werden. Der Rückhalteraum wird mit einem gesteuerten Drosselbauwerk ausgestattet. Mit diesem werden künftig Abflussspitzen gekappt und die darunterliegenden Gebiete vor Überflutungen geschützt. Im Hochwasserfall wird die Wassermenge, welche von den drei Brücken abwärts fließt, gedrosselt, wobei nur das notwendigste Wasser im Rückhalteraum zurückgehalten und immer der maximal mögliche Abfluss abgeführt wird. Eine Reihe von Entwässerungsmaßnahmen sorgt anschließend für eine schnelle und sichere Entleerung. Unter anderem wird das bestehende Pumpwerk erneuert und auf die doppelte Leistungsfähigkeit ausgebaut. Im Bereich des Rückhaltebeckens sorgen ökologische Maßnahmen für eine Aufwertung des Gewässers. Hierzu gehören Aufweitung der Gewässer, Anpassung der Mündungsbereiche, Uferstrukturierung wie Buhnen, Raubäume und Störsteine sowie eine standortgerechte Bepflanzung. Weitere Maßnahmen entlang des Rheintaler Binnenkanals ergänzen den Hochwasserschutz. So werden durch Dampschüttungen und Stellriemen die Uferlinien erhöht. Anpassungen an Brückenbauwerken sollen einen möglichen Rückstau verhindern. Auch für die Naherholung ist gesorgt. Die Nähe zum Wasser lädt nicht nur Naturfreunde zum Entdecken von Flora und Fauna ein, sondern ermöglicht auch Anwohnern den angenehmen Zugang zum Gewässer. Sogenannte In-Stream-Maßnahmen weiter stromabwärts sorgen für eine Aufwertung und Verbesserung der heutigen monotonen Gewässersohle. Hierbei werden die Sohle und die Uferbereiche ökologischen Anforderungen angepasst. Die geplanten Maßnahmen des Hochwasserschutzprojektes Rheintaler Binnenkanal erlauben eine nachhaltige und bedeutende Entwicklung zur Verbesserung des Hochwasserschutzes, der Ökologie, der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung und der Naherholung im Rheintal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017